Dieser wunderschöne Ford Tourneo Custom Titanium mit Automatik könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren links und rechts erleichtern den Einstieg. Insgesamt finden in diesem Wagen acht Personen Platz. Schicke Sicht sensor Leichtmetallräder unterstreichen luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze mit Lederpolstern bieten eine gute Sitzposition. Fußmatten vorne gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Custom schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der Heizbahnfrontscheibe. Die Klimaanlage vorne und hinten sorgt für Wohlbehagen. Zum Navigationsradio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem eleganten Ford Tourneo Custom, Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spass haben. Das Automatikgetriebe schaltet butterweich. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. bis zum nächsten Mal.